Fragen zum Kennenlernen Wie solltest du stellen? Es gibt nichts Schöneres als die Anfangsphase einer Beziehung, wenn alles noch frisch ist. Man will alles von dem neuen Menschen in seinem Leben wissen. Bringen wir also ein bisschen Licht ins Gefühlschaos. Hier die besten Fragen zum Kennenlernen. Kindheit und so. Hast du Geschwister oder bist du Einzelkind? Wie wichtig ist dir deine Familie und wie ist euer Verhältnis heute? Und für was konntest du dich als Kind absolut begeistern? Liebe und so. Wie war deine erste große Liebe? Was suchst du in einer Beziehung und in deiner Partnerin? Wie stehst du zu heiraten und Kinder bekommen? Träume und Zukunft. Was wolltest du als Kind werden? Wo siehst du dich in 10 Jahren? Bist du sesshaft oder bereist du die Welt? Was sind deine Stärken und Schwächen? Was ist dein größtes Talent? Zwischenmenschliches. Mit welchen drei Worten würden dich deine Freunde beschreiben? Kann man sich blind auf dich verlassen? Welche Fragen hätte ich dir noch stellen sollen und welche Fragen hast du an mich? Zum Glück gilt in der Liebe, wie auch sonst im Leben, es gibt keine blöden Fragen. Also hab keine Scheu, deinem Gegenüber Löcher in den Bauch zu fragen.